Neter Lebenslauf Annika, wie würdest du deinen Arbeitsrhythmus beschreiben? Ich ergänze das Wort Arbeit gerne mit Balance. Am produktivsten bin ich, wenn ich bis 11 Uhr schlafen kann. Danach eine Stunde Yoga und nach einem nachhaltigen Mittagessen bin ich gewappnet für den Tag, solange ich von den Bahamas aus arbeiten kann. Ich habe den Laden ohne Balance aufgebaut, mit harter Arbeit, sehr viel Einsatz und guten Ideen. Wir brauchen engagierte Mitarbeiter mit Betonung auf Arbeit. Das glaube ich jetzt aber nicht. Wir sind hier in einem grossen, schicken Büro und fährst ein grosses, teures Auto und alle verdienen hier richtig viel Geld. Das musst du dir doch erarbeiten. Seit 5 Minuten sitze ich hier und alles, was sie zu mir gesagt haben, war neben dem Lebenslauf. Ich habe eine komplette Staffel Game of Thrones dafür gebraucht, den fertigen Tippen. Ich bin sehr gut ausgebildet und bekomme keine Bestätigung, keine Ermutigung. Gibt es hier keinen Personalleiter? Ich glaube, ich stelle dir einen Personalchef doch wieder ein. Abbruch? Das ist zynisch und keine professionelle Gesprächsstrategie eines Personalchefs. Wie? Das habe ich jetzt nicht bestanden? Natürlich nicht! Untertitelung. BR 2018